Ja, war ein gutes Spiel insgesamt vom Gefühl. Auch meine Rückhahn relativ stabil gewesen. Ich habe mich gut bewegt in den Ballwechsel, obwohl er eigentlich ein guter Spin-Spin-Spieler ist. Und von daher die Problemzonen, die ich bislang ein bisschen hatte und in den letzten Wochen noch hatte, die waren in dem Spiel zumindest viel, viel deutlich besser.